Gestern, also der 3. Februar 2024, das könnte so ein Tag sein, bei dem sich in Zukunft Historiker darüber streiten werden, ob dies ein Wendepunkt in der deutschen Geschichte ist. Ob Deutschland in 50 oder 100 Jahren dann noch besteht, das sei einmal dahingestellt. Aber auch ich saß gestern den Tag über vor meinem PC, hab mir die Nachrichten angeschaut, hab meine Timeline auf X verfolgt. Und ja, ich habe wieder einen Account und war einfach nur fassungslos von dem, was ich dort gesehen habe. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr auch heute alle wieder eingeschaltet habt. Ja, als ich damals Abitur gemacht habe, und ja, ich weiß, es ist schon einige Zeit her, da hatte ich Geschichtsleistungskurs. Und als wir die Zeit von 1920 bis 1945 durchgenommen haben, habe ich mich immer wieder gefragt, wie konnte es eigentlich wirklich so weit kommen? Und anstatt mir eine Antwort zu geben, sagte mein Geschichtslehrer damals zu mir, hier, nimm dieses Buch und lies einmal nach. Und er gab mir das Buch Psychologie der Massen von Gustave Nebron von 1895. Und ein Satz in diesem Buch, der hat es mir besonders angetan. Ich habe ihn sogar auswendig gelernt und in meiner Abiturklausur genutzt. Ja, der beschreibt das ganze Phänomen und reduziert es auf den wesentlichen Kern. Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer. Und das ganze Spektakel, was wir ja nun heute in wirklich jedem Programm mittlerweile sehen, was die Nachricht im Grunde genommen ist, die über den Äther hier in Deutschland getragen wird, die wurde ja letztendlich vom Bericht des Korrektivs ausgelöst. Also dieser kleine Schneeball, der da war, ja, dieser Bericht, der schubste diesen kleinen Schneeball einmal an und dieser hat sich mittlerweile zu einer immensen und sehr gefährlichen Lawine entwickelt. Und dabei ist es anscheinend vollkommen egal, dass das Korrektiv, wie es nun auch die stellvertretende Chefredakteurin im Presseclub von ARD zugegeben hat, nachweislich gelogen hat. Denn dort sagte sie, sie hätten ja gar nicht von Deportationen und von der Wannsee-Konferenz gesprochen, sondern die Medien hätten das aus ihrem Bericht herausinterpretiert. Wir haben auch nicht von Deportationen gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Genau, genau, genau. Da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Und um diese Lüge auch noch zu kaschieren bzw. ihr Argument dort zu untermauern, hat man dementsprechend halt auch schnell die eigene Webseite mittlerweile dreimal geändert und dort unter anderem auch das Wort Deportation aus der Inhaltsbeschreibung eines Buches, welches das Korrektiv anbietet, einfach gelöscht. Aber wie sagt man so schön, damit war der Geist aus der Flasche. Oder anders ausgedrückt, ja, damit hat man Pandoras Büchse letztendlich geöffnet. Denn es scheint völlig egal zu sein, dass auf diesem ominösen Geheimtreffen in Potsdam, in dieser Villa, die ja nur acht Kilometer von der Villa der Wannsee-Konferenz entfernt steht, ja, mehr CDU-Mitglieder waren als AfD-Mitglieder. Und es scheint auch relativ egal zu sein, dass mutmaßlich wohl der Verfassungsschutz seine Finger mit im Spiel hatte. Denn das spielt alles keine Rolle mehr. Die Lawine der Empörung hatte sich längst in Bewegung gesetzt und hat angefangen, eine Eigendynamik zu entwickeln. Und befeuert und verstärkt wurde diese Lawine natürlich auch noch durch die im Januar geführten Interviews des öffentlich-rechtlichen Fernsehens mit angeblich zufälligen und, ja, sagen wir mal, neutralen Demonstranten. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen strahlte mindestens 90 Interviews aus, bei denen nachweislich entweder Parteimitglieder, also sprich von SPD oder den Grünen interviewt worden sind, oder Mitglieder einer parteinahen Stiftung, wie zum Beispiel der grünnahen Heinrich-Böll-Stiftung, oder einfach, dass man die eigenen Mitarbeiter interviewte. Natürlich ohne darauf hinzuweisen, dass es sich entweder um einen Parteimitglied, einen Stiftungsmitglied oder den eigenen Mitarbeiter handelt, den man dort vor die Kamera geholt hat. Und diese Lawine der, ja, aufrechten und guten Menschen sorgt ja auch angeblich dafür, dass die AfD jetzt in Wahlumfragen verliert. Also Zahlen und Fakten, das interessiert diese Menschen auch überhaupt nicht mehr, in keinster Art und Weise. Und sie werden auch noch in ihrem Narrativ bestätigt, indem halt die Medien darüber berichten, dass die AfD ja nun entweder ein oder zwei oder drei Prozentpunkte in den Wahlumfragen verloren hat. Man klopft sich auf die Schulter und sagt, schaut mal her, was wir bisher erreicht haben. Aber hier einmal, bitte sehr, die aktuelle Wahlumfrage von Insa. Von gestern. Vom dritten, zweiten. Und was sehen wir dort? Die AfD liegt bei 20 Prozent. Immer noch. Und hat gemäß dieser Wahlumfrage einen Prozentpunkt verloren. Aber auch die BSW, wie ihr seht, liegt bei stabilen sieben Prozent. Dass das eine mit dem anderen gegebenenfalls etwas zu tun haben könnte, das lassen wir nun einmal dahingestellt. Denn im Narrativ dieser gutmenschlichen Lawine sind sie dafür verantwortlich, dass die AfD nun bei 20 Prozent liegt. Und somit immer noch zweitstärkste Partei. Wie gesagt, Zahlen und Fakten. Aber all das interessiert diese Menschen nicht mehr. Sie sind aufgeputscht und in einem solch emotionalen Hoch, dass sie, wie gesagt, Zahlen und Fakten überhaupt nicht mehr interessieren. Und sicherlich machen sich die Ampelparteien genau dieses Phänomen nun auch zunutze. Ja, also egal, ob es nun Saskia Esken ist oder Karl Lauterbach, die gestern dabei waren. Aber auch hier einmal als Beispiel die grüne Co-Vorsitzende Ricarda Lang. Auch auf der gestrigen Demonstration. Und seht ihr die beiden Männer da im Hintergrund von Ricarda Lang? Wir können da gerne mal einmal ranzoomen. Seht ihr, was die im Ohr haben? Das sind keine Demonstrationsteilnehmer. Also im klassischen Sinne. Das sind Personenschützer. Und wenn ich mir überlege, dass eine grüne Vorsitzende, die auf einer Demonstration gegen die Opposition mit Personenschutz durch die Gegend laufen muss, dann frage ich mich allen Ernstes, wie aufgeputscht und wie aufgeheizt diese Stimmung dort sein muss, damit diese Person Personenschutz braucht. Aber auch Ricarda Lang und ihr Sicherheitsteam, die wissen halt, dass bei so einer Demonstration einzelnen Teilnehmern gegebenenfalls die Sicherung durchbrennen können. Das könnte unter Umständen passieren. So wie bei diesem Mann hier, der sich gestern ja nicht entblößte, im Grunde genommen die Demonstration auf das Wesentliche zusammenzufassen. Denn diesem Mann fehlt es in dieser Situation. Und das haben zum Beispiel auch Bücher, beziehungsweise die Filme wie Die Welle oder Das Experiment gezeigt, dass es ihm an Impulskontrolle in einem sich selbst verstärkenden, gruppendynamischen Prozess fehlt. Ja, meine Lieben, und das war jetzt der momentane Höhepunkt der gesamten Demonstration, wo man am Ende dann auch eine Brandmauerkette um den Reichstag bildete. Und ich kann ehrlich gesagt nur hoffen, dass sich die Stimmung ein wenig abkühlen zu vermag. Denn ich möchte gar nicht wissen, was noch passieren kann, wenn sich die Stimmung weiter aufheizt. Wenn sich diese, wie ich gesagt habe, gruppendynamischen Prozesse noch weiter verselbstständigen und man sich halt gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, dass man ja hier für das vermeintlich Gute einsteht. Und ich hoffe, dass diese Dynamiken, die sich da dann daraus entwickeln können, uns nicht eines Tages wieder vollends auf die Füße fallen. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch allen noch einen wirklich, wirklich tollen Tag. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 66,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde verbrennt und 48,2 Milliarden Euro in der Migrationskrise ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir jetzt alle sparen müssen, einfach abgewählt gehört.